Für den einen sind Kratzer auf Uhren ärgerliche Spuren des Alltags, für den anderen eine mittlere Katastrophe. Wen Kratzer auf Uhren stören, sei es nur ein bisschen oder auch richtig heftig, für den gibt es Uhren mit gehärteten Gehäuse. Ich habe heute für dieses Video fünf Uhrenmarken aus Deutschland rausgesucht, die Uhren mit gehärtetem Gehäuse anbieten. Es gibt auch noch sehr viel mehr. Es gibt auch Uhrenhersteller, Uhrenmarken außerhalb Deutschlands. Es gibt wahrscheinlich sogar in Deutschland mehr, aber in meinem Fünf-Uhren-Video beschränke ich mich auf fünf. Ich habe einige alte Bekannte, ich habe aber hoffentlich einige Überraschungen für euch und am Ende des Videos auch eine Uhr, die es noch nicht gibt. Interessiert? Bleibt einfach dran! Hallo und willkommen bei Watchmax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Uhren verkratzen im Alltag, sei es ganz einfach durch ein kleines bisschen Sand oder Staub, der sich unter dem Pulli über die Uhr schmirgelt. Das sind die sogenannten Mikrokratzer oder aber auch etwas heftiger, weil man vielleicht an einen Türrahmen kommt oder aber mit der Uhr am Strand war, vielleicht im Garten gearbeitet hat. Ihr kennt das. Uhren bekommen über die Zeit ganz automatisch Spuren des Gebrauchs. Es gibt aber die Möglichkeit, Kratzer an Uhren deutlich zu reduzieren. Und das sind gehärtete Gehäuse oder beschichtete Gehäuse. Zu beschichteten Gehäusen mache ich vielleicht nochmal ein separates Video. Heute geht es mir um unbeschichtete Gehäuse, wo das Gehäusematerial selber gehärtet ist. Wie immer geht es um fünf unterschiedliche Marken aus Deutschland, die diese Gehäuse so anbieten. Ich habe die Uhrenhersteller in diesem Video alphabetisch geordnet und fange mit Archimede an. Archimede ist bekannt für günstige, gute Uhren. Archimede kommt aus dem Hause Ikla, ein Gehäusespezialist. Und da liegt es nahe, dass sie auch robuste und gute Uhren herstellen. Die wohl bekannteste, gehärtete, robuste Uhr aus dem Hause Archimede ist die Outdoor. Die Outdoor gibt es in unterschiedlichen Varianten. Es gibt sie in 39 mm, in 41 mm. Die 41 mm gibt es auch als magnetfeldgeschützte Uhr und auch als Titanuhr. Die 39 mm Variante gibt es in unterschiedlichen Farben. Ich blende euch hier einfach mal ein paar Bilder dazu ein. Aber um diese Uhr soll es nicht primär gehen. Ich möchte euch eine andere Uhr aus dem Hause Archimede vorstellen. Und zwar geht es dabei um die Classic 200. Zunächst aber einmal kurz darauf schauen, wie macht Archimede das. Denn es gibt unterschiedliche Härteverfahren bei Uhren, die auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Ikla verwendet das sogenannte Kolsterisieren. Wobei vergleichsweise niedrigen Temperaturen Kohlenstoffatome in das Stahlgitter des Materials eindiffundiert werden. Und dadurch eine Härtung der oberen Schichten, der oberen paar Prozentchen des Gehäuses durchgehärtet werden. So dass diese Uhren zum Beispiel eine Härte von 1200 Wickers haben. Ein normaler Stahl, ich glaube zum Vergleich wird immer der 316L genommen. Der hat eine Härte von 220 bis 250 Wickers. Ein kolsterisierter Stahl kann bis zu 1200 Wickers an Härte haben und damit deutlich kratzresistenter sein. Und das ist das Verfahren, was Archimede anwendet. Die Uhr, die ich euch hier schon die ganze Zeit eingeblendet habe, ist die Classic 200. Die Classic 200 ist eine Uhr mit 39 Millimeter Durchmesser, eine Bauhöhe von 10,8 Millimeter. Und von Horn zu Horn hat die Uhr nur 45 Millimeter. Sie ist bis 20 ATM wasserdicht und kostet, so wie ich sie euch hier zeige, 1020 Euro. Verbaut ist das Selita SW 200-1. Das war die erste Uhr, die ich euch zeigen möchte. Ein persönlicher Kommentar von mir. Ich habe diese Uhr und ich bin mega zufrieden mit der Uhr. Sie ist für mich eine perfekte Kombination aus sportlich, belastbar, allen Herausforderungen gewachsen, mit Saphir-Glas, hoher Wasserdichtigkeit, gehärtet im Gehäuse, gleichzeitig aber flach genug und auch in Anführungsstrichen elegant genug, um als sportlicher Dresser auch bei etwas förmlicheren Anlässen nicht negativ aufzufallen. Die zweite Marke im Alphabet für das Video heute ist Damasko. Damasko äußert sich selber auf ihrer Webseite dahingehend, dass sie die Uhren eishärten. Zumindest das Modell, was ich euch heute vorstellen möchte. Und ich habe dann mal ein kleines bisschen geschaut, was eishärten bedeutet. Das ist ein, glaube ich, etwas anderes Verfahren als kolsterisieren. Und ich bin kein Stahlfachmann, insofern ist das nur angelesenes Wissen. Und bei Eishärtung wird mit einem Vakuumverfahren unter hohem Druck Stahl, nein, Kohlenstoff in den Stahl eingepresst, in Anführungsstrichen, sodass die Uhren und die Uhrengehäuse eine Härte von über 700 Wickers haben. Das ist immer noch drei bis dreieinhalb Mal so viel wie der normale, zum Vergleich herangezogene 316L Stahl, aber auch deutlich weniger als die Gehäuse, die durch kolsterisieren, gehärtet werden. Aber nach allem, was man hören und lesen kann, ich selber habe keine Damasko, sind die Uhren trotzdem sehr kratzresistent und im normalen Alltag, so habe ich das zumindest gehört, gibt es keinen praktischen Unterschied zu kolsterisierten Uhren. Ich habe gehört, aber das kann ich nicht bestätigen, dass Eishärtung tiefer geht, vielleicht sogar durchgehärtet ist und somit die ganze Uhr gehärtet ist. Das kann ich aber nicht sagen und ich kann auch nicht sagen, was für Auswirkungen das hat auf gegebenenfalls Sprödigkeit, wenn die Uhr mal hinfällt, ob sie vielleicht eher ganz bricht. Bei kolsterisierten Uhren knickt diese gehärtete Schicht schon mal ein, lässt sich dann noch nicht reparieren, aber die Uhr als solche bleibt ganz. Das sind Fragen, die kann ich nicht beantworten, dafür fehlt mir schlicht das spezifische Wissen im Metallbau. Die konkrete Uhr, die ich euch heute zeigen möchte, die ebenfalls ein eisgehärtetes Gehäuse hat, ist die DC56, aktueller Preis 2160,50 Euro. Verbaut ist das Valjou 77,50 in der Top-Ausführung. Die Uhr hat einen Durchmesser von 40 mm, eine Gesamthöhe von 13,8 mm, was für eine Uhr mit einem Valjou 77,50 erstaunlich flach ist, eine Bandanstoßbreite von 20 mm und eine Länge Horn zu Horn von 48,6 mm. Damit ist diese Uhr wunderbar alltagstauglich, denn sie ist selbstverständlich wasserdicht bis 100 m bzw. 10 bar. Sie ist gehärtet, sie ist nicht zu hoch, nicht zu lang am Arm. Eine wunderschöne Alltagsuhr, die ganz bestimmt nicht hoch aufträgt. Ich selber habe keine, kann sie also von daher aus der Praxis heraus nicht bewerten. Die dritte Marke aus dem Alphabet heraus ist Deklar, eine junge Marke aus Stuttgart, die ebenfalls gehärtete Gehäuse anbietet. Und zwar optional sowohl für die Fliegeruhren, von denen ich euch hier einige Beispiele einblende, als auch für die Einsatzuhren die Reihe der Turbulenzmodelle, Turbulenz 1, 2, 3. Das sind drei unterschiedliche Designs einer im Grunde sehr ähnlichen Uhr. Bei all diesen Uhren kommt ein Baukastensystem zur Anwendung, sodass man sich Glas, Logo, ja, nein, Farbe des Ziffernblattes, Zeiger und auch andere Sachen modular zusammenstellen kann. Der Preis variiert entsprechend. Die hier von mir ausgewählte Uhr ist die Deklar Turbulenz mit 40 mm Durchmesser in der Version 3 zum Preis von 790 Euro. Das Glas ist bei dieser Variante nicht entspiegelt. Wir haben einen massiven Boden und die Uhr hat einen Durchmesser von 40 mm, ist selbstverständlich wasserdicht, hat ein Schweizer Uhrwerk verbaut. Das ist die Deklar. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, was für ein Härteverfahren wendet Deklar an? Und da ist Deklar sehr offen auf ihrer Webseite. Sie sprechen vom Eindiffundieren von Kohlenstoffatomen in das Metall. Ich habe mit Deklar einmal gesprochen. Es handelt sich hier um das Kolsterisierungsverfahren. Sie sagen sogar, in welcher Dicke diese Kohlenstoffatome eindiffundieren. Und zwar werden die in der Oberfläche mit einer Dicke, in einer Tiefe von 30 mm eindiffundiert, sodass die Oberfläche der gehärteten Deklar-Gehäuse ebenfalls eine Festigkeit von 1300 Wks hat. Allerdings sagt Deklar auch, dass noch eine besondere Schicht aufgetragen wird. Und zwar handelt es hierbei um eine Plasma-Beschichtung. Ich habe keine Ahnung, was das ist, wie das gemacht wird. Und ich kann aber sagen, da ich selber eine gehärtete Deklar besitze, man sieht keinen Unterschied. Diese Schicht soll aber einen nochmals erhöhten Korrosionsschutz der Uhren und der Uhrengehäuse gegen Salzwasser, Meerwasser und Schweiß geben. Deklar bezeichnet diese gesamte Technologie, sowohl das Härten- als auch das Plasma-Beschichten, im Paket als Six-Steel, Sechs-Stahl. Das ist die Deklar, Preis 790 Euro. Ich wusste nicht mehr, ob ich es genannt hatte. Die Uhren werden, da sie im Konfigurator individuell zusammengestellt werden, individuell gefertigt. Lieferzeit aktuell vier bis fünf Wochen. Ich habe auch schon mal gehört, dass es einen Tick länger dauern kann. Dafür bekommt man die Uhr genau so, wie man sie sich zusammengestellt hat. Bei der vierten Uhr in meiner Auswahl kommen wir zu einer Marke, die für mich persönlich eine Überraschung war, zumindest was das Gehäuseherten betrifft, und zwar Hanhard. Hanhard hat mindestens bei der Race Master Serie einen besonderen Stahl, den sie anwenden, und zwar handelt es sich um HDS Pro. HDS Pro hat nach Angaben von Hanhard eine dreimal härtere Oberflächenstruktur und eine hundertmal höhere Kratzfestigkeit als normaler Stahl. Das entspricht ungefähr den Angaben und der Härte, die auch Damasko hat, nämlich 700 Vickers. Somit drängt sich hier der Verdacht auf, dass hier vielleicht auch eine Art Eishärtung vorgenommen wird. Das kann ich aber nicht positiv bestätigen. Vielleicht gibt es auch ein anderes Verfahren, was ein ähnliches Ergebnis erzielt. Aber Hanhard bietet mit der Race Master Serie ebenfalls gehärtete Gehäuse an. Ich habe euch, während ich gesprochen habe, die drei Modelle der Race Master Serie vorgestellt. etwas genauer eingehen möchte ich auf die Race Master GMT, die Stand heute ab einem Preis von 3.040 Euro verfügbar ist. Die Uhr wird angetrieben durch das ETA Valjoux 7750 mit La Joux Perret Modul. Die Uhr hat einen Durchmesser von 45 Millimeter und eine Bauhöhe von stattlichen 16 Millimeter. Die Uhr ist bis 10 Bar wasserdicht und hat den bekannten roten Drücker. Hat super Luminova. Insofern eine wirklich schöne Uhr mit einem sehr markanten Design. Für mich persönlich war wirklich neu das Hanhard auch gehärtete Gehäuse verbaut. Insofern hoffe ich euch, an dieser Stelle mit diesem Hersteller überraschen zu können. Ich zumindest war überrascht. Dann kommen wir zum fünften Hersteller in meiner heutigen Zusammenstellung und es wäre, glaube ich, sehr überraschend, wenn ich Sinn nicht erwähnen würde. Zum einen wegen meiner Affinität zu Sinn. Zum anderen auch, weil Sinn, glaube ich, einer der Hersteller ist, die die Gehäusehärtung mit am aktivsten vermarktet. Sinn nennt seine Gehäusehärtung Tegimentierung. Nach allem, was ich gehört habe, ist es auch eine Kolsterisierung, die dahinter steht. Das heißt, der Kohlenstoff wird bei niedriger Hitze in das Stahlgitter eingefundiert und die Urheil erreichen damit eine Härte von 1200 Wickers. Das ist etwas weniger, als ich eben erwähnt habe und dazu muss ich vielleicht an dieser Stelle einen kleinen Einschub machen. Kolsterisieren ist kein Verfahren, was immer zum gleichen Ergebnis kommt. Es ist ein Bearbeitungsprozess, den man in verschiedene Tiefen durchführen kann, in verschiedenen Härtestufen. Das lässt sich also konfigurieren und Sinn hat sich offensichtlich nach allem, was ich lesen konnte, denn es gibt da keine vergleichenden Aussagen der Hersteller untereinander, für ein Verfahren entschieden, was ganz geringfügig unter anderen Herstellern bleibt. Da ich aber selber gehärtete Sinnuhren habe, kann ich sagen, die sind mega robust und da kommt kein Kratzer dran, zumindest nicht bei meinem Alltag. Interessant finde ich, dass wenn Sinn die Taucheruhren der U-Serie härtet, die also U-Bootstahl haben, werden diese noch einmal härter, nämlich 1500 Wickers und ich habe eine U1, die voll tegmentiert ist, also Lunette, Band und Uhrengehäuse und ich kann nur sagen, das ist eine dermaßen robuste Uhr, die macht so unglaublich viel mit, ohne wirklich Schaden zu nehmen. Ich stehe also richtig auf gehärtete Gehäuse und auf diese Technologien, weil das es mir erlaubt, die Uhren sehr viel bedenkenloser zu tragen, ohne dass die Uhren vermacken und nach Jahren dann wirklich komplett gerockt aussehen. Der Nachteil an allen diesen Härtungsverfahren ist, dass sich die Uhren nicht oder nur in sehr begrenztem Maße aufarbeiten lassen. Wenn dann also was dran ist, dann ist es dran und bleibt dran. Man kann es hier schlecht auflasern oder auspolieren. Das geht nicht. Insofern ist das immer ein etwas zweischneidiges Schwert. Ich persönlich mag es und ich habe mir noch keine Uhr mit Härtung so vermackt, dass ich es bedauert habe, dass sie gehärtet war, sondern die Härtung hat für mich in meinem Alltag ausschließlich Vorteile. Die SIN-Uhr, die ich euch heute vorstellen möchte, ist die SIN 856 UTC. Bevor ich aber da im Detail draufkomme, eine kurze Sache. Wenn euch diese Videos gefallen, diese Vergleichsvideos, wenn ihr das mögt, die 5-Uhren-Serie, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Ideen ihr habt, was ihr vielleicht gerne sehen würdet in diesem Rahmen. und wenn ihr mir helfen möchtet, lasst sogar einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Das hilft mir und das zeigt YouTube, dass ihr meinen Kanal mögt und zeigt meine Videos vielleicht noch mehr Leuten, die die Videos bisher nicht kennen. Aber zurück zur SIN 856 UTC. Die Uhr kostet 1790 Euro am Lederband, am Massivband kostet sie 2090 Euro und am Silikonband 2060 Euro. Die Uhr hat nicht nur die Tegiment-Technologie verbaut, das heißt das gehärtete Gehäuse, sondern sie hat auch die AR-Trockenhaltetechnik sowie einen Magnetfeldschutz bis 80.000 mA. Ich hatte diese Uhr mal und kann sagen, sie trägt sich unglaublich angenehm, weil sie mit 11 mm relativ flach ist, mit 40 mm eine wunderschöne Alltagsgröße hat und auch mit einem Gewicht von 70 Gramm ohne Band nicht zu schwer ist. Die Bandanstoßbreite von 20 mm hat es mir erlaubt, mit Bändern zu spielen und Bänder zu wechseln. War eine wirklich richtig tolle Uhr, kann ich nur empfehlen, war auch entsprechend robust, verkratzte nicht. Ich habe sie nur verkauft, weil mir mit der UTC-Anzeige der zweiten Zeitzone auf dieser relativ kleinen Uhr zu viel auf dem Ziffernblatt los war. Ich persönlich würde sie mir vielleicht noch einmal in der Nicht-UTC-Version kaufen, aber dann würde sie mit meiner Deklar sehr stark konkurrieren, die optisch ganz ähnlich ist. Insofern habe ich die Uhr verkauft, aber nicht, weil sie mir nicht gefallen hat, sondern nur, weil mir das Ziffernblatt zu voll war. Insgesamt finde ich die Uhr absolut grandios. Sinn hat noch sehr viele andere tegimentierte Uhren im Angebot. Ich habe sie euch, während ich gesprochen habe, immer mal wieder eingeblendet. Sinn ist, glaube ich, der Hersteller, der diese Technologie mit am aktivsten anwendet und auch vermarktet. Ich habe ja gesagt, es gibt noch eine Überraschung am Ende des Videos. Und zwar ist das eine Uhr, die noch nicht auf dem Markt ist, aber dieses Jahr noch auf den Markt kommt. Und zwar ist das eine Uhr von Circular, ein sehr interessanter Hersteller aus der Gegend um Pforzheim. Die ProTrail, ich glaube, das ist der Name, auf den sich die Community zusammen mit Circular geeinigt hat, wird eine Fieldwatch sein. Ich blende euch hier die Bilder ein. Es gibt drei verschiedene Modelle. Alle drei Modelle werden ein Gehäusedurchmesser von 40 Millimetern haben. Alle drei Modelle werden einen Magnetfeldschutz bis 80.000 Milliampere haben. Und alle drei Modelle werden ein gehärtetes Gehäuse haben. Die Uhr wird ab August, September vorbestellbar sein zum Preis von 749 Euro. Der spätere Listenpreis wird liegen bei 799 Euro. Damit ist die Uhr für mich der absolute Preis-Leistungs-Tipp in dieser Zusammenstellung. Noch könnt ihr sie nicht bestellen. Aber ihr könnt euch auf der Circular-Webseite einmal anschauen, was es gibt, wie die Uhr entstanden ist. Was übrigens auch ganz interessant war, wie ich finde. Und ich persönlich werde sie mir bestellen. Mir gefällt sie sehr gut. Ich sage noch nicht, welches Modell. Damit werde ich euch überraschen, wenn ich vielleicht ein Unboxing-Video Ende des Jahres mache und die Uhr dann entsprechend präsentiere. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Axel.